Hallo, wir sind das Betzel-Eberle-Duo, bestehend aus Leo Betzel am Klavier und mir, Vincent Eberle, an der Trompete und am Flügelhahn. Wir freuen uns sehr, Teil der Förderinitiative des Münchner Konzertvereins zu sein und spielen daher folgende zwei Stücke, nämlich My Romance von Lawrence Hart und Richard Rotters und Darn the Dream von Jimmy Van Heusen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik